hattest du das vorher auch die macht mich so fertig ja ich hab dir mitgebracht ich grüße euch zurück zu einer neuen folge dead by daylight die hat mich auch direkt am gott was war das also die hat mich angestehen na verdammt sie hat mich gefunden sie hat mich gesehen ist das ärgerlich hier ist im keller hier will ich nicht hin bitte nicht das ist ihr ja egal nein nein sie hat mich nur blödes mischstück die hat aber nicht Oh, er macht einen Jen, obwohl er direkt neben mir ist. Okay. Ich hab schon wieder Herzschlag. Ich seh sie halt nicht. Wo bist du denn? Äh, ich bin quasi zur Wand und dann links gelaufen. Ach, da ist sie. Ich bin beim großen Kaktus. Sehr witzig. Sie geht zur Tübe. Äh, wo ist sie denn? Ja, ich seh sie nicht, aber ich hab Herzschlag, wie Sau. Ja, die hat übelst die riesige Range, ne? Mit dem Herzschlag. Okay, sie hat jemanden. Scheiße, das war dumm von mir. Sie hat mich echt nicht gesehen im Busch. Sie hat mich auch nicht weglaufen gesehen. Ja, sie ist immer noch in der... Oh. Hat sich selber befreit. Äh, ich hab dir was geholt. Das ist ja sehr eine... Danke, danke fürs Mitbringen. Ich hab ja gern Besuch, wa? Ich hab die doch gerade runtergeholt da. Okay, weil irgendwer hat sie gerade zu mir mitgebracht. Und ich bin ja verwundet, weil mich heilt ja auch keiner. Ja, ich frag ja, wo du bist. Du kommst ja nicht... Auf dem Geländer am Jen. Ja. Und sie geht jetzt da hoch, wo der Jen ist, wo der Typ baumelt. Okay, das warst nicht du. Und wo bist du? Äh, ich bin auf dem anderen, also im Saloon oben. Ja, ich geh bestimmt nach oben jetzt. Wenn die da ist. Nee, die ist noch an dem Haken, wo sie die ganze Zeit die Leute aufhängt. Sie ist ja nicht sehr flexibel. Sie hat da ihren Lieblingshaken und entweder hängen die Leute da oder nirgendwo. Alter, das ist aber schwer hier heute, ey. Er ist schon wieder. Alter, die hat mich gesehen hier am Jen. Wo bist du denn? Ich lauf grad vor ihr weg. Aber wo? Ähm, ich geh jetzt auf die andere Seite der Map. Mir reicht's da drüben. Das ist mir zu riskant. Wenn sie meint, dass sie da ihren Lieblingshaken hat. Komm her! Ich bin hier oben. Ach so, dann warst du das nicht. Nee, nee. So ist das so aus wie du. Ja, wunderbar. Oh, scheiße, das hat sie gesehen. Hör mir auf. Ich bin heute nervlich. Aber wie ein Mädchen, ey. Ich bin... Das ist mal eine feminima... äh, feminima Art. Ich bin heute nervlich einfach nicht für dieses Spiel gemacht. nie. Nee, also heute ist besonders... Ich weiß gar nicht, warum ich so eine Spiele so gerne spiele. Ich vertrag das einfach nicht. Jetzt erzähl mir die Hose, Quacks. Ähm, ich bin jetzt, äh... Also ihr seht mich ja. Auf der Seite hat sie auch einen Lieblingshaken. Hau dir mal alle ab hier? Sie ist bei mir. Die steht wohl auf dich. Ja, irgendwie, die hat was mit mir, ne? Vielleicht hab ich ne... Mann, zieh doch mal! Vielleicht hab ich ja Keks, oder was? Ja, toll. Wegen der blöden Kuh, die mir da grad im Weg stand, ey. Okay, das war's. Horido, ich bin gestorben. Wer sagt, dass ich das möchte? Dann sind wir vier Leute aus dem gleichen Team. Ja und? Ich bin kein Team-Mate. Guck mal, bist du hier vorne? Bist du hier vorne? Dann lass mal gleich Team-Gen machen. Ich lass euch da hängen dann. Ja, du lässt mich jetzt hier schon wieder an dem Gen hängen. Ich, ich, ich rette ja immer keinen. Ich denk immer nur an meinen Arsch. Ja. Ja. Oh. Aua! Warum ich? Du hast da auch gehockt. Warum schon wieder ich? Ich glaub, die mögen dein Gesicht nicht. Alter, was ist das? Hehehehe. Ich schmeiß die, ich schmeiß die einfach provisorisch um. Ach, lecker mich. Aber der wusste auch instant, dass wir da sind. Wie, wie sieht die denn... Ey, die nimmt mich an... Scheiße, ich bin grad ein bisschen nervös. Ich krieg grad nicht das Gelbe hier hin. Ne, ich bin grad echt nervös gewesen. Das Gelbe? Na, hier vom Raus-Wiggeln. Das Wiggeln. Alter, die ist krass. Ja, das ist schön, dass hier ein Totem ist. Das bringt mir nix, wenn ich hier hänge. Ja, die nächste... Die anderen zwei... Gleich zwei Stück fast, ey. Aua. Das wird ne schnelle Runde. Ja, ich hab zwei Fernseher ausgemacht und wurde ich jetzt. Zwei Fernseher? Ja. Lass mal hier... Oh, shit. Ach so, ich dachte, ich halte dich, okay. Also, hau bloß ab, was ist das für eine, ey. Na, die hat jetzt aber ne andere Spielerinnen. Boah. Okay, der Fernseher ist noch aus. Wo ist denn hier ein Fernseher? Hab ich schon ausgemacht. Die sind überall auf der Map verteilt. Lenkt ihn ab, ich hab, glaub ich, das Hauptpotem von der... Wie denn? Ich hab zwei Fernseher ausgemacht, das hat sie nicht interessiert. Jetzt hat sie jemanden aufgehangen. Wer ist dabei? Gut, gut. Okay, ich hab sie abgelenkt. So, jetzt hab ich was richtig geiles von ihr zerstört. Toll. Was? Oh, Gottes Willen. Die ist so schnell. Ist das nicht die Halle, oder was? Ja, vielleicht. Geist. Oh, nein. Noch kein einzigen Gin fertig. Eieieieiei... Wiggle! 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 Okay, ich konnte ihn kommen. Gut. Was ist denn das mit dieser dämlichen Videokassette? Hast du auch immer so ein komisches Bild? Das ist die Doofarm, haut denn die ab? Ja. Die ich gerade heilen wollte. Zur Hälfte geheilt. Die will denen helfen. Wem denn? Habe ich gerade abgehangen? Ich habe nochmal einen Fernseher ausgemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das jetzt mitgekriegt hat. Oh nein, hier ist ein Keller. Ich bin hier richtig kacke versteckt. Alter, meine Vision ist... Ich gucke quasi schon durch den Fernseher. Ich glaube, ich bin verflucht oder so. Bestimmt, weil ich die blöden Fernseher die ganze Zeit ausmache. Ich habe auch schon einen ausgemacht. Okay, hast du seitdem so eine Macke weg im Bild? Ja. Hattest du das vorher auch? Nee. Oh Gott, die fuckt mich ab. Die macht mich so fertig. Die ist krass, ne? Ja, ich habe dir die mitgebracht. Hau, ha! Hast du sie abgenommen? Ich kann mich nicht mal mehr selber heilen. Alter! Ist sie bei dir? Was ist das für ein Freak, ey? Ey, die ist megaschwer, ne? Ja. Weil die so schnell ist. Scheiße, ey. Ja, geil. Ich bin gleich tot, ey. Du hinkst ja noch nicht einmal, ey. Wird mal Zeit. Du musst halt vernünftig spielen, ne? Ach, komm. Du bist die ganze Zeit der Erste, der drauf geht. Du kannst ja nicht die ganze Zeit hier, äh... Gut, das reicht nicht mehr, mein Werkzeug. Voll krass, du sollst grad sagen, mein... Ich bin sowas voll nur am Arsch. Nicht ein-gen fertig hier. Also, wenn ihr mich schnappt, bin ich im Keller. Das kann ich. Jetzt verfolgt ihr mich. Ey, hau doch ab, Mann! Ja, genau. Ja, genau! Wow! Sie will dich nicht! Das ist nervöslich mies! Warum will sie dich nicht? Verdammt noch mal! Scheiße! Sie lässt dich da einfach in Ruhe machen. Ja, mach mal den Gen fertig. Ey, Bro! Was geht ab? Hi, guck mal, ich bin neben dir. Hast du gar keine Angst? Huhu, ich spuke hier. Hallo! Wir sind das nicht interessiert! Wie sie... Jetzt schleppt die mich hier einfach weg, ey! Es juckt sie halt gar nicht, dass du da den Gen... Du musst da weggehen. Sie kommt ja gleich wieder. Ja, 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 ja. Ich hab mir schon gedacht, dass sie gleich wiederkommt. Die hat mich fallen gelassen. Ey, die ist ja geil. Guck das mal! Okay, ich bring sie wieder zu dir. Was soll ich mit... Alter, das ist bei mir auch ganz komisch hier. Mit meinem Bild. Sie hilft uns. Hä? Ich raff sie auch nicht. Verarscht uns bestimmt. Danke dafür! Die haben mich aufgehoben und sie hat mich direkt wieder kaputtgeschlagen. Ja, die quält uns, Alter. Die ist halt distinbestimmt. Die verarscht uns. Ja, sag ich doch! Ich glaub, die will nicht, dass das so schnell vorbei ist. Hä? Jetzt lässt du die wieder heilen. Ich raff hier grad gar nichts mehr. Oh, Entschuldigung. Okay, sie kommt wieder. Ich glaub... Oh, Entschuldigung. Ich glaub, mir ist das einfach zu einfach. Weiß nicht, ich konnte jetzt die Kassette wieder reinpacken. Alter, das grenzt nach Mobbing. Die schlägt mich immer wieder runter. Alle dürfen geheilt werden, nur ich nicht. Sag mal, Sadistin. Das ist schon wieder. Da musste Martin nochmal fragen. Was das für einen Sinn hat. Ich mach jetzt hier einen Generator für dich. Jetzt reicht, man hört. Ich will weg, hier die eine hat sie noch nicht mehr alle. Die ist krass, ey. Die macht sich über mich lustig. Ich weiß halt, wer dahinter steckt, glaub ich. Alter, ich hab null. Absolut null Konzentration. Ich bleib jetzt hier einfach. Und wenn die kommt, ja, sie ist da. Guckt mir zu, wie ich den Jen-Heile mache. Ich mach jetzt einen auf dir. Okay, noch juckt sie nicht. Vielleicht will sie den Spannungsfaktor erhöhen. Ja klar. Auf jeden Fall brauch ich mal einen, der mich hier heilen könnte, ey. Vielleicht fängt sie beim letzten Jen erst richtig an zu eskalieren. Ja, das glaub ich auch, ey. Da bin ich schon fast kaputt, weil ich mich... Mich heilt hier keiner richtig. Ja, ich bin da, wo die dich ignoriert hat, an diesem komischen Schaufelbagger. Ja, toll. Wo bist denn du? Ja, keine Ahnung, irgendwo. Okay. Du weißt jetzt auch nicht mehr, wo der Schaufelbagger ist, ne? Nee. Bist du an einem Jen oder so? Ja. Er mitnicht der Map oder er am Rand? Keine Ahnung, Mann. Mann, ich hocke hier irgendwo vor so'n Jen und mach den Highland. Siehst du die Map-Umrandung? Maisfeld. Also Mitte. Ich komm gleich zu dir. Keine Ahnung, da hängen die Schweine und so wieder am... Ja, da wo du den Jen gemacht hast in der Nähe, hier. Da ist noch einer. Ja, ich seh dich. Du wurdest jetzt nicht aufgehoben, ne? Nee. Hä? Ich bin nicht am Kriechen, ich mach'n Jen gerade. Ja, ich komm mit zu dir. Oh, die andere ist tot, ne? Jo. Der Maisfeld. Entweder da oder da. Ja, hier. Genau, ich seh dich schon. Lass uns erst mal den Jen machen. Ja, super. Weil wir auch beide so viel Leben haben. Ich denke, du willst den Jen machen und die nicht anlocken. Tut mir leid, Mann. Was macht du denn da? Hör jetzt auf damit. Hätt schon fertig sein können, Alter. Du musst aber ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Du bist doch eine Frau. Wo muss ich hin? Zur weißen Tür. Ja, wo denn? Nach rechts. Das ist halt auch direkten Fernseher, wo sie rauskommen kann. Ja, wo bist du denn? Ich hab' die Tür auf. Scheiße, sie kommt. Aus dem Fernseher kommt die. Akkurat, akkurat. Komm, wir verprässeln uns hier. Die überlegt sich das ja gerade anders. Check this out. Yesus, Maria und Joseph. Okay, also zum Schluss muss man dazu sagen, sie hat ein Jahr, sie wollte er oder sie, wer auch immer, wollte der richtig spannend machen. Ja, aber er wollte es ja richtig spannend machen, oder so. Wo ist der andere hier? Warte mal, ich muss mal zuschauen. Und hat dann, äh... Ach, eh gestorben. Ja. Sie hat nur geguckt gehabt, dass wir nur noch einen Gen fertig haben. Also, dass wir nur noch einen brauchen. Das war geil. Hast du auch aufgenommen? Ja, aber eigentlich hat sie uns den Wind geschenkt. Na und, ist doch egal. Also, schnell genommen, wären wir schon tot. Na und, ist doch egal. Aber war schon witzig. Der Kind hat uns, muss man leider sagen, fairerweise die Runde auch eigentlich geschenkt. Aber es war schon geil. Ich war trotzdem irgendwie gespannt. Aber er hat mich... Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.